Arbeit für Bremen und Bremerhaven e. V. war eine 1995 gegründete Wählergemeinschaft, die bis 2002 existierte und ausschließlich im Bundesland Bremen aktiv war. Inhaltliches Profil In der SPD gab es eine Gruppe von Mitgliedern, die mit der Politik der Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen im Senat Wedemeyer unter Bürgermeister Klaus Wedemeyer nicht einverstanden waren. Das Wahlprogramm war vorwiegend auf wirtschafts- und finanzpolitische Themen ausgerichtet und sprach mit den Zielen Haushaltskonsolidierung, Z. B. Stärkung von Bremen als Wirtschaftsstandort überwiegend bürgerliche Wähler an. Geschichte Die Partei konstituierte sich am 20. Januar 1995, um bei der folgenden Wahl zur Bürgerschaft anzutreten. Diese wurde wegen des Bruchs der Ampelkoalition vorgezogen und fand am 14. Mai 1995 statt. Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen 1995 erzielte sie dann 10,7% und zog mit zwölf Abgeordneten in die Bürgerschaft ein. Außerdem war sie in zahlreichen Beiräten vertreten. Durch Übertritt eines CDU-Mitglieds wuchs die Zahl der Abgeordneten auf 13. Bei der Regierungsbildung spielte die AFB jedoch trotz des Scheiterns. Der FDP an der 5%-Hürde keine Rolle. Da die SPD bei den Mandaten mit der CDU gleichauflag und Bündnis 90 die Grünen zwei Abgeordnete mehr stellten als die AFB, Bürgermeister Klaus Wedemeyer von der SPD trat wegen des schlechten Wahlergebnisses zurück und machte den Weg frei für Henning Schärf, der eine Koalition der SPD mit der CDU bildete. Da die Große Koalition im Wesentlichen dieselben Ziele verfolgte wie die AFB, fiel es dieser schwer, sich in der Opposition zu profilieren. So dass sie bei der darauffolgenden Bürgerschaftswahl in Bremen 1999 nur noch 2,4% erreichte. In der 15. Legislaturperiode war sie nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten, sondern hatte nur noch einige Sitze in den Beiräten. Ihre Mitgliederzahl sank in den Folgejahren. Gespräche zur Zusammenarbeit mit der Schill-Partei blieben erfolglos. 2002 löste sich die AFB auf. Der Wahlerfolg von 1995 konnte teilweise auch aufgrund lückenhafter Regelungen im Parteiengesetz finanziert werden. So hatte etwa das Anzeigenblatt Wesareport großzügig Anzeigen geschaltet und verzichtete als Rabatt auf 60% der ansonsten hierfür Anfallenden. Kosten in Höhe von 117.000 Euro. Ein Bankhaus gewährte einen Kredit ohne Sicherheiten in Höhe von 300.000 Deutsche Mark. Das zur selben Firmengruppe wie der Wesareport gehörende Anzeigenblatt A bis Z bezahlte die mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragte Agentur. Diese finanziellen Unterstützungen hätten streng genommen als sogenannte Verzichtsspenden ausgewiesen und im Rechenschaftsbericht aufgeführt werden. Müssen. Mitglieder. Die Mitglieder der Partei kamen aus wirtschaftspolitisch orientierten SPD-Kreisen, aber auch aus anderen politischen Parteien und Gruppierungen. Die Abgeordneten in der bremischen Bürgerschaft waren Klaus Bernbacher, Gerold Fuchs, Brigitte Ginder, Carla Hänsel-Brosig, Ludwig Kettling, Elke Kröning, Werner Lenz, Andreas Lojewski, Albert Marken, Horst Ochs, Lutz H., Pepper, Friedrich Rebers, Rolf Reimers, Uwe Siefert, Gerhard Thielemann, Patrick Wendisch. Führende Politiker und Gründungsmitglieder waren der Sparkassendirektor Friedrich Rebers. Der frühere Bremer SPD-Wirtschaftssenator Werner Lenz sowie Elke Kröning und Andreas Lojewski. Durch das krankheitsbedingte Ausscheiden von Rebers aus der aktiven Politik verlor die Partei ihr wichtiges Zugpferd. Siehe auch Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bremen und Bremerhaven.